Breakfast für Trucker Frühstück, einfach nur kleines Frühstück. Doch komm nie an, heut geht's mir scheiße, morgen gut, heut ist Entbe, morgen Flut. Keine Zeit hält je zu mir, wo ist mein Zuhause, ist es nicht mehr hier. Verlass den Eilhafen und bin wieder zurück, frei wie der Wind. Ja, 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 ich fahr wieder los, oh, 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 die Mähre sind groß. Meine Segel sind gespannt, doch meine Wege längst verschwommen. Ein kleines Leben in meiner Hand und eine Träne, für was ich fand. Keine Zeit hält je zu mir, wo ist mein Zuhause, ist es nicht mehr hier. Verlass den Eilhafen und bin wieder zurück, frei wie der Wind. Guten Morgen, wir fahren gerade in Erfurt ein und freuen uns auf einen spannenden Tag mit Matthias Fimmel, dem Direktkandidaten fürs Grundeinkommen. Okay. Ja, und wir sind gespannt, was er vorbereitet hat, zusammen mit Anke. Freie wie der Wind, oh, 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 oh. Jetzt zahle ich die Konsumsteuer aber immer wieder zurück, hab ich natürlich über Bürokratie, die nicht sein muss. Das ist was. Das ist wie eine Mehrwertsteuer, da wird ja auch immer Mehrwertsteuerlück erstattet. Nach Genswerner, ja. Nach dem Tänisch. Ja, das ist wie eine ähnliche Kette. Ja, ja, ich fuhre wieder los. Uh, 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 die Mäbe sind gut. Güppelst du, Güppelst du, gehörst doch dazu. Güppelst du, du gehörst doch dazu. Güppelst du, du gehörst doch dazu. Güppelst du, du gehörst doch dazu. So, und das ist das Ding, ist dann erst ab. Ja, das ist das Ding. Wem nennt sie der Stadt oder in denen, die das organisiert haben. Also, da können wir da nicht stehen. Wir hoffen ja jetzt, dass sie uns heute Morgen jetzt noch klar machen. Ich hab nix getan. Was kann ich, was kann ich, was kann ich dafür? Hey! Ich hab nix getan. Was kann ich, was kann ich, was kann ich dafür? Ja! Güppelst du, Güppelst du. Güppelst du. Güppelst du. Güppelst du, du gehörst doch dazu. Güppelst du, du gehörst doch dazu. Güppelst du. Du gehörst doch dazu. Güppelst du. Ah, natürlich! Nichts, aber nicht. Ich muss es. Ja. Ja. So, die Inventur ist fertig, wir haben noch 22.000 Kronen an dem Ort. 22.000 Kronen? Genau. Wow, sicker. Ich schau nach oben und weine vor Glück, hab die Ketten vor meinen Füßen genommen. Es fühlt sich an, als hätt' ich Flüge bekommen. Also was zieht mich schon wieder? Ich bin frei im Fall und fliege. Auch wenn der Boden mich weist, ich schau nach oben und weiß, ich seh ihn nicht wieder. Ich schwebe, ich schwebe, ich schwebe. Alles um mich steigt, nur die Welt sieht mich fallen. Also Strom hätten wir bis 22.000 Kronen? Ja. Also heute Abend wachst du nur Abfahrt? Ja. Dann muss ich mich um Quartier kümmern. Nee, das ist gut. Genau. Ja? Ja, dann muss ich mich auch um Nachquartier kümmern und essen oder was. Ja. Ja. So schön wie gestern. So schön wie gestern. Und ich bin wieder auf der Spur. Wir werden sehen wohin sie führt. Endlich bin ich wieder im Fall. Hab allen meine Sachen gepackt. Ich brauch nicht viel, ich brauch echt nicht viel. Luft und Liebe wäre echt schon viel. Ich trage ein Air Force, zwei T-Shirt und ne Jeans. Raum für Worte und Bees. Und ich steh wieder am Anfang der Weiche. Doch diesmal werd ich sie nicht verpassen. Ich trete schon mehrere Kreise und weiß jetzt besser. Das Wünsche mich nicht wirklich machen können. Wenn wir am Weltraum fahren, fahren wir Cabrio. Ich seh Sterne, ich seh Sterne. Genau. Gucken wir, dass wir jedes Mal wunderbar in die Stadt rein navigieren. Mit Hilfe unseres traumhaften Busfahrers Jörgi. und Unterstützung von Frau Selma unserer Navigation. Komm zurück! Auf der Insel. Guaya, Guaya. Schmeiß die Sirene an. Lala, Guaya, Guaya ist da. Lala, Guaya, Guaya ist da. Lala, Guaya, Guaya ist da. Setz die Kopfhörer ab, wir rocken deine Stadt. Wir machen und es gibt Schallwellen auf der Straße. Wir 않은 Gege, wie wenn man nicht mehr lachen ist. Wir machen. Wir nehmen euch mal an. Auf der Strecke